Hey Leute das immer wieder Prozent mit dem schönsten Spielsjahres P.T. Ja, aber wir sind kurz vor der Erlösung Oh mein Gott! Sie sind doch nicht da! Aber wir haben das erste Lachen. Machen wir jetzt schon unsere Taktik? Ey, so eine Versuche ist glaube ich fast kaputt! Versuchen wir es jetzt noch einmal? Nein, Versuch ist kaputt! Ja, schön, schon auf die gleiche Taktik aber ich glaube ich wachen bis sie wieder tun. Ach so, bis sie sich wieder Ja gut, ja Sonst fickt sie dich von hinten, oder? Oh, der hat Ausdruck! Badass! Ja, das ist hier egal bei diesem Spiel Weil wir hoffen ja, dass so 18-jährige zuschauen Wir beiden Ja Aber wenn jetzt nichts reden, weil wie der sich immer so bewegt soll Ja Gehört, dass so die irgendwie mitkriegen Ey, du Schnecke! Ach so, sie ist zu dumm, um das zu checken, dass du stehst Naja, wenn du da reinsprichst in den Kontrollern oder ich gehörst, das soll sie anlocken Hey! What the fuck! Hallo! Hallo Leser! Hallo mein Idiot! Don't 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 Aber angeblich soll ja wirklich helfen das Mikro, aber I don't know Dann Man kann sie anlocken Warte, tu das Ding hier weg, dann kannst du dich hier hinsetzen So, sit down Man kann sie sogar anlocken, glaub ich, wenn man immer Lisa sagt Oh Please, be a little bit Wir brauchen jetzt wirklich, wir müssen jeden Ton hören, das ist jetzt wirklich wichtig bei dem Part Hört sich dumm an, aber ab jetzt kommt der Teil, wo wir keine Ahnung haben Okay Ich stehe nicht, wir brauchen jetzt wirklich Acht Minuten, ich sehe Ja, acht Minuten, dann bin ich leer Aber das ist ja jetzt egal, wir müssen beide das gleiche schaffen Wenn wir Glück haben, schauen wir uns bald Könnte der letzte Part sein Es könnte, muss nicht, keiner war Wenn wir noch mal so Glück haben, keine Ahnung, wo's denn los ist Ja, so Es rollt! Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch Okay, psch-spsch, don't move Don't move Jetzt kommt sie, in Gottes willen Er hat gelacht Mea Scheiße und jetzt kommt das Telefon Du kannst nicht abheben Es bringt nichts, du musst abheben Das würde die Klingeln Ach das lötet die designing Überrascht Ich will die Sicht machen Leute, wir haben es geschafft. Wenn das nicht auflegt jetzt. Das ist hier, oder? Alter. Oh mein Gott. Bitte friss jetzt nicht. Warte, warte, warte. Es ist weg, lauf. Lauf, lauf, lauf. Heb ab. Babo. We've done it. Okay, jetzt geht die Tür auf. Leute. Ihr habt es geschafft. Aber wie schnell. Und auch hier wieder. Es ist einfach gegangen. Ich muss mal was tun. So, jetzt will ich ganz komplette Ruhe. Der Trailer. Das Geheimnis. Ich bin eigentlich noch. Das Geheimnis. Das Geheimnis. Das Geheimnis. Das Geheimnis. Das Geheimnis. Was für Schöne. Dad war so ein Geheimnis. Aber dann, ein Tag, er geht und wir uns alle töten. Er konnte sogar gar nicht sein, wie er es gemacht hat. Ich bin nicht schuldig, ich war ein Bordem, irgendwie. Aber, ach was? Ich werde zurückkommen, und ich bringe meine neue Toys mit mir. Ich bin nicht so groß, ich bin nicht so groß. Es war sehr schön, ich bin zu viel. Bester, Flatschere, 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 Flatschere. Das war's für heute. Und das ist das große Geheimnis. Hinter P.T. versteckt sich Silent Hills. Das war ein Playable Teaser. Man muss aber auch sagen, der hat, und das steht auch hier gleich, gar nichts mit Silent Hills zu tun. Also alle, die sich irgendwie jetzt da dachten, what the fuck. Ja, das wird unschaffbar. Und man merkt auch, jetzt kommen ganz andere Firmen, also das Synonym 7.780. Das glaube ich gar nicht. Nein, es gibt die Firma, hier steht es auch nochmal, dass es nichts damit zu tun hat. Aber Leute, ich will, es hört sich jetzt nochmal an, wir haben gesagt, das ist das schlimmste Spiel und dauert lang. Es ist vorbei. Das erste Mal habe ich geleidet, mich allein gespielt habe. Wir können es auch, wir haben ja das Ende noch gespielt vorher. Ja, das war schlimm. Wir haben 10, 12, 15, 20 Versuche. Und jetzt einfach, es war random, wie muss man so sagen, dass man Glück hat. Das war purer Spieler. Das ist ein Spiel, natürlich. Nein, wir sind hier einfach nur gestanden und auf einmal... Natürlich für alle, die jetzt fragen, äh, sie ist los, das Spiel startet dann einfach von neu, wir können das jetzt nochmal spielen, wenn ihr Bock habt, aber... Ah, nein, nein. Wir können also für Leute, die bis zum Jahr als Lösung für den 2, für dieses 2. Lachen 4. Ich habe sehr gemerkt, es ist so, darf ich kurz erklären. Das erste Lachen ist klar. Auf die Uhr schauen, bis 0 Uhr, 10 Schritte, dann lacht. Es geht nicht weiter als 10 Schritte, weil ihr habt ihr ja gesehen, dass... Und dann nicht bewegen, falls die Frau irgendwie... Genau. Ja, falls sie da ist, dann einfach still bleiben. Äh, das zweite Lachen, es hat niemand eine Ahnung und von IGN, von IGN haben wir erfahren, halt in der Mitte von Digitaluhr und dieser Eingangstür stehen. Mach mal auf Pause, weil sonst kommt die noch. Ja, ja. Das wird super toll, ja. Und dann weint sie angeblich und dann kann man reingehen ins Bad. Bei uns hat das nie funktioniert. Nein. Dann sollt sie angeblich, weil dann sieht man sie im Spiegel und dann, keine Ahnung, und dann sollte es gedachten. Das haben wir beim ersten Mal probiert. Ja, bei uns war es, ähm, war es eigentlich gleich wie jetzt, nur war es, hat viel länger gebraucht. Ja, wir haben, ich glaube ich, 10 Mal oder was haben wir sie probiert. Mindestens, dann hat es nie funktioniert, da waren wir schon so richtig abgenervt, haben sich gedacht, es geht nicht, dann ist es auf einmal gekommen, jetzt war es richtig leuer. Und jetzt haben wir uns aber hingestellt und auf einmal hat es gelacht. Ja, ich muss aber auch sagen, ich kann, also wir können ja auch keine Lösung anbieten. Ich habe keine Ahnung, warum es gegangen ist. Bei manchen geht es ganz anders, angeblich bei einem. Bei einem soll man sich verfolgen. Ja, aber ihr könnt das ja probieren. Vielleicht habt ihr Glück und es geht auch. Aber ja, kurz noch Zeit, ah, Silent Hill, Petit, wie hat dir diese Demo gewonnen? Eigentlich sehr gut. Jetzt kommt es einem vielleicht nicht wirklich bruselig vor, weil wir einmal, einmal, einmal gestorben sind, glaube ich. Ja, aber das war, wir kennen ja schon alles. Das erste Mal durchgespielt hat, Blind, keine Ahnung. Ich glaube, Megaschiss gehabt beim Durchspiel. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Äh, und ich glaube, ich kann ich bin 20 Mal von der gefressen worden. Ja, das ist auch klar, du hast keine Ahnung gehabt. Das ist wirklich Gänsehaut überall. Ich meine, komm, bestes Beispiel. Dieses eine Splitter im Menü. Ich meine, komm. Das kann man. Das ist doch dumm. Wie soll man auf das kommen? Ganz ehrlich, ich habe das nachgesehen, das mit hell auch. Weil ich glaube, hell hatte ich sogar. Ja, das kann man ja auch aus Zufall schaffen. Mit diesen das ist, also ich freue mich auf Silent Hill. Irgendwie in der Art wird es sicher sein von dem Cruiser Faktor. Und wenn das so ist, wow. Eine Hilfe, wie wir wahrscheinlich festgestellt haben, dieses Ding. Das ist das Sony bei der PS4 dabei, schätze ich mal. Das ist mitgeschickt bei der PS4. Wir haben vor, glaube ich, 20 Versuche gehabt ohne das. Ja, dann haben wir das benutzt. Und dann haben wir zwei, drei Versuche und dann hat es geklappt. Ja, mit diesem, das ist das Headset und hier ist ein, man wird es nicht sehen, ein Mikrofon. Und angeblich, ich weiß, es steht da, zeig das mal. Das kann man, dass man hier, ja, irgendwann kommt es da. Sprach, Sprache aktivieren, irgendwas kann. Ja, unten wo es Eingabe und Optionen steht. Ja, du kannst Sprachbefehle auch verwenden, wenn du dein Spiel spielst. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt für das Spiel, ich meine, auf jeden Fall, es geht für dieses Spiel angeblich, hört. Angeblich. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, man soll, wenn man, wenn man diesen Geist sieht, frontal, soll man sie anreden. Es gibt tausend Varianten. Hello Lisa oder sowas. Lisa heißt sie. Es gibt sowas, das soll man vorstehen und sagen, hallo Lisa. Ja, ja, und ja, es gibt tausend Sachen. Aber was ich glaube, was stimmt, ist, dass das, dass das Spiel checkt, dass du da bist, im Sinne von. Ja. Wenn du viel redest. Und einfach möglichst viel reinquatscht. Ja, wie wir es gemacht haben. Und dann, es hat funktioniert, muss nicht stimmen, kann stimmen. Im Sinne, es hat es bei uns dann besser geglaubt, wie ohne. Ja, genau. Okay. Also, ich fand es horrormäßig. Ja, es war, also, es war wirklich, es war ein tolles Horrorspiel, kann man sich, also Spiel, Demo kann man sich immer geben. Es ist für Playstation Plus, glaube ich, gratis zum Unterland. Ne, ne, allgemein. Allgemein, es ist bei mir, okay. Aber nur ein PS4-Only. Ja, ja, es ist ein PS4-Only-Titel, aber ich würde sagen, Leute, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ein bisschen PS4 gespielt. Allein dieses Spiel macht mir die PS4 schon sehr schmackhaft. Ich würde es euch, also ich würde es nur empfehlen. Okay, Leute, das war dieses LP zu Silent, also PT, Silent Hinsen, Klammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. What the fuck? Oh my god. Okay, dieser Part ist vorbei. Wow. Wow.